Komm schon, ihr müsst doch irgendeiner legendär sein. Sneaker hat das Team verlassen, schade. Mach's gut. War mir eine Ehre und eine Freude obendrein. Schande. Kopf! Kopf oder Zahl? Du entscheidest, Frando. Noch ein? Irgendwo? Da war kein legendärer dabei, oder? Das hätte er uns angezeigt, ne? Wegen der gepinnten Challenge. Aber ich find's total merkwürdig, dass wir jetzt noch weiter einen Roboter töten könnten. Aber das bringt nichts, ne? Die Score-Punkte haben wir schon bekommen. Das war bei wöchentlich. Ne, ist abgehakt. Ist abgehakt. Brauchen wir nicht weiterspielen. Und das Camperrichten machen wir nicht. Aber eine Werkstatt, aber vier Werkstätten übernehmen? Man muss sie ja nicht spielen, ne? Man muss sie ja eigentlich nur übernehmen. Ja, könnte man auch machen. Aber vielleicht erstmal den Level, ne? Erstmal jetzt hier schön, die dicken. Naja, das sind keine dicken Gegner, aber es sind Gegner. Ein paar. Haben wir noch maximalen EP-Bonus durch Cranberry-Soße? Jupp, haben wir. Schön. Was ist mit dem Saft? Was ist mit dem Saft? Wo ist der Saft hin? Hab ich den vielleicht schon überlagert mit irgendeinem anderen Getränk? Mit der Mais... Ne, Mais-Suppe nicht. Das schneidet sich normalerweise nicht. Ich. Na, und jetzt so? Titanenwurz. Samensaft ist auch echt ein schwieriges Wort, man. Gut, dann gehen wir mal dahin, wo es ein paar größere Gegner gibt. Dicke Gegner. Aber nicht die Einstagszone. Monster Money wäre so cool gewesen. Da kann man so schnell viele Gegner killen. Hier ist nichts episches, ne? Hm, na dann. Na dann. Ein bisschen, ein bisschen Hardcore-Sniper-Gaming. Und zwar... Wo denn? Wo denn? Wo ist denn hier Hardcore? Ach komm, wir gehen einfach durch die Wendigo-Höhle. Da gibt es ein paar Meierlock-Könige. Wir nehmen den... Den Wendigo mit als Kryptiden und können gleichzeitig ein bisschen leveln. Und im schlimmsten Fall machen wir Server-Hopping. Genau. Genau so. Und wir könnten auch in Liebesburg kurz vorbeigucken. Die Straßen checken. In der Hoffnung, dass wir da... Dass wir da... Nun ja. Das finden, was wir haben wollen. Einen Wendigo. Einen weiteren Wendigo. Wann das alle? Können wir jetzt in die Höhle? Nehme ich. Nehme ich. Schön stealthy in der Rüstung. Noch fünf Fusionskerne. Nur noch fünf. Ah, grüner Tee. Ich liebe grünen Tee. Das ist so ein schöner, milder Koffeinschub. Den man so schön verteilt über den Tag genießen kann. Aber Kaffee ist auch geil, ne? Meine Freunde, der Höhle. Wir kennen das Spielchen. Du bist die Nummer eins. Oh, da kommt Nummer zwei, ne? Vorsichtig. Der kann auch laufen. Na, Kopf. Der hätte sowas von sitzen müssen. Das Spiel war aber anderer Meinung, Leo. Alles cool, ne? Alles cool. Wir gehen weiter rein. Ich kann aus komischen Gründen nicht nachladen, weil ich wahrscheinlich voll bin, ne? Ich hab nur ein Fünfer Magazin. Bin mir aber da gerade nicht so sicher, ne? Immer schön gucken. Hier gibt's coole Sachen. Hin und wieder. Heftchen. Wackelpuppen. Kann man nie genug haben. Die Sammlung ist noch nicht voll. Holobahn spare ich mir mal. Das können wir in einer Farming-Folge machen. Wendige Höhle. Vorsichtig. Hier wird wieder alles von uns abverlangt. Wir können ein Stückchen laufen. Maulwurstratte. Ne, jetzt kommt noch ein Ghoul-Feuer. Ein verbrannter, wilder Schlag-mich-tot-Ghoul. Na, oh, oh. Warum eigentlich? Einfach nur so? Einfach nur so? Oder war da was Legendäres dabei? Neh mich, neh mich, neh mich. Naja, nee. Nö, nehm ich nicht. Hä, warum haben wir denn schon wieder Score-Punkte bekommen? Weil wir in der Gruppe sind? Weil einer in unserer Gruppe das getan hat? Dann macht das total Sinn, dass wir in einer Gruppe spielen. Auch wenn wir nicht wirklich in einer Gruppe spielen. Und das demnach dann theoretisch nicht genau das bringt, was sich sicherlich Bethesda erhofft hat. Also, dass wir wirklich alle miteinander spielen. Jetzt, ey. Ich habe jetzt gerade ernsthaft auf F5 gedrückt. Schnellspeichertaste bei Fallout 3. Wow. Wow, 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 ne? Und schon geht es wieder los mit der Zerstreutheit. Es wird jetzt nur noch schlimmer. Ich warne schon mal vor. Na, ist hier einer? Ne, jetzt dürften eigentlich die Meier-Logs ankommen. Anfangen. Oh Gott, er ist schon hier. Er ist schon hier. Was nehmen wir denn da jetzt? Backsmashen mit. Jim Carrel. Oder lieber was Schnelles. Aber den ersten Schuss würde ich ganz gerne mit. Nun ja, mit. Fantastic 5000 machen. Aber er ist so nah dran. Ne, da hinten ist er. Ballermann und Söhne direkt in die Rübe. So wie es sein muss. Pluppdi. Oh Gott. Das hat ja gar nichts gebraucht. Komm, mein Freund. Let's dance. Let's dance. Komm raus. Es ist vorbei. Dein letztes Stündchen und so. Willst du nicht? Hat das nicht ganz gepeilt, ne? Wo das herkam? Also sei es. Dann ist dein Schicksal besiegelt. Kopf, Mann. Kopf. Hat das jetzt gecheckt? Vielleicht wurden sie dümmer genervt. Ne, wurden sie nicht. Oh Gott. Es ist zu Ende. Mein Schicksal ist besiegelt. Oh. Perfektes Timing fürs Nachladen. Lauf. Leo. Renne, renne, renne. Ist er hinter uns? Perfektes Timing. Ja, da achte ich schon gar nicht mehr so richtig drauf. Wenn ich Tante Plasma draußen habe mit dem Nachladen, da habe ich nämlich schon viel zu oft mal den Plasma-Kern gewechselt. Wo ist er denn hin? Er ist irgendwo anders abgebogen und fällt uns dann gleich in den Rücken. Ne, da ist er. Und Flupfantastic 5000. Yay. Und was ist mit dir, mein Freund? Ich sehe dich nicht, aber hier muss dein Gesicht sein. Hier war dein Gesicht. Du bist jetzt Teamleiter. Endlich. Endlich Teamleiter. Und werde ich dann Abteilungsleiter. Postnuklearer Abteilungsleiter. Meierlokfleisch. Schön die Ecken abchecken, denn... In den Ecken gibt es was zu entdecken. Und zwar in jeder Ecke. Vorsichtig, da ist schon wieder einer. Nein, nein, nein. Nope, nope, nope. Aber gut, wir sind nicht zum Looten hier. Wir sind... Wir sind für EP und... ...dem Wendigo hier. 126. Nicht verkehrt. Aber das Fleisch nehme ich mit. Und dieses Heftchen. Alles für Pfadfinder 6. Nehme ich gerne mit. Rib-Ey-Stick. Nein, nein, nein. Das lasse ich liegen. Der Typ daneben ist nicht umsonst gestorben. Wer weiß, was mit dem Steak nicht stimmt. Wer weiß. Meierlok-König krank. Okay, dann werden wir ihn mal... ...von seinem Leid erlösen. Bumm. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Kriegen auch so gut wie gar keinen Boni, wa? Okay, cool. Waffe wechseln. Waffe wechseln. Cool bleiben. Loadout wechseln. Komm her, Mann. Es ist Zeit. Lass es uns zu Ende bringen. Oh, Mann. Oh, Mann. Nein, 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 nein. Meine Güte. War es zwar eine schwere Geburt. Aber ich lasse die Energie mal unten, ne? Ihr wisst schon. Wegen der Adrenalreaktion. Aber ein Schlückchen... ...ein Schlückchen Essen trinken könnten wir mal. Haben wir noch... ...irgendwas Cooles? Nein, gar nichts mehr. Das gibt es doch nicht. Ich habe kein... ...kein Getränk mehr dabei. Ungünstig. Aber wir müssen sowieso wieder ein bisschen Strahlung aufbauen. Wir können gleich aus einer Pfütze trinken. Einer verseuchten Pfütze. Dann geht das schon in Ordnung. Wir werden nicht verdursten. Nein, nein, nein. Wir werden vielleicht krank. Aber nicht doll, ne? Giftiges Wasser. Nein. Ich brauche schmutziges Wasser. Aber das gibt es hier auch. Hundertprozentig. Sind wir schon überladen? Nein, nicht wirklich. Hier sind auch mehr, ne? Mindestens noch ein König, der jetzt kommen müsste. Aber auch nicht immer. Das ist manchmal so ein bisschen gefühlt random. Gefühlte Fakten. Oh. Vielleicht mal mit der Flinte. Mit dem Zapfenstreich. Habe ich das richtige Loadout in der Eile angewählt? Hier habe ich. Schleichend. Na ja, dann machen wir es manuell. Oh, das hat nicht so viel gebracht. Nicht so viel. Ich muss gehen. Ich muss gehen. Lauf, Mann. Nicht schießen. Soll es laufen. Ich weiß gar nicht, warum er jetzt geschossen hat gerade. Komm her, Mann. Hallo, hallo, hallo. Iiiiih. Weggefetzt. Aus seinem Panzer. Das ist ja wenig, wenig gut. Wenig gut. Lasst mich durch. Lasst mich durch. Ich muss Energie tanken. Ein Glück haben wir so viel Energie. Immer noch schwierige Gegner. Ich kann das kaum glauben. Er ist ein König. Na, wobei. Der wird uns auch stressen hier. Ordentlich stressen wird er uns. Ja, hinfallen. Hinfallen ist total gut, Mann. Total gut. Zumindest für uns. Jupp, jupp, jupp. Nehme ich. Nehme ich. Nehme ich. Alles cool. Schön, was zu essen mitgenommen. Aber jetzt zurück zum Thema Wasser. Durchladen. Wir brauchen einen Schluck schmutzige Pumpe. Und ich habe mich schon wieder verirrt. Ist das schmutzig? Ja, das ist schmutzig. Dankeschön. Ein paar Wasser. Nur ein paar. Schmutziges Wasser. Alles okay. Alles in Ordnung. Verkraften wir. Und wir müssen, müssen, müssen. Hier lang. Tippe ich mal. Nein. Naja, spätestens werden wir beim, beim Eingang wieder landen. Wissen wir Bescheid. Nackenschuss. Schön. Einfach nur schön. Vorsichtig. Falle. Habt ihr was für mich? Ja. 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 Okay. Das nicht. Zucker. Aus einer Höhle. Ist oft der beste Zucker. Oder ansonsten. Eher weniger. Mach ich jetzt nicht. Wir müssen weiter. Wir müssen weiter. Wir müssen einen Wendigo töten. Auf jeden Fall. Oh Gott. Ich glaube, das ist jetzt offiziell die falsche Richtung. Diese Höhle, ne? Diese Höhle. Ich glaube, ja. Das ist der Eingang, ne? Hier rechts oben kann das sein. Nein. Oh, da liegt aber noch was. Das nehmen wir mit. Orientierung. Drei Minus. Aber auch nur, wenn ich spicke. Ne, ne, ne. Genau. Das ist der Eingang hier. Rechts. Perfekt. So. Genau das meinte ich. Einmal zum Eingang zurück. Ich wollte nur auf Nummer sicher gehen, ob wir wirklich in die falsche Richtung laufen. Und ja. Und jetzt genau in die andere Richtung. Hä? Ein Glück gibt es Navis. Hallo mein Freund. Panzerschuss. Soll mir recht zahlen. Aber ich will dein Gesicht einfach sehen. Das wird schon. Flupp. Dankeschön. Kannst dein Fleisch behalten. Wir brauchen nur ein paar EP. Nur ein paar. Und jetzt gleich den Wendigo. Ist hier noch irgendwer? Der müsste gleich hier hinter irgendwann kommen. Da beim Wasserfall. Vielleicht haben wir ja Glück. Und es sind zwei. Vielleicht. Jetzt müsste er runtergeglitscht kommen. Flupp. Da ist er. Hey Freund. N-n-n-n-nase. D-d-d-d-d-d-d-d-d. Noch ein. Gesichtsschuss. Einen Kryptiden erledigt. Eine schöne Sache. Eine schöne runde Sache. Sind die verstrahlt? Jo. Wie könnten sie nicht verstrahlt sein? Das ist ein Wendigo. Lose Schrauben brauchen wir. Metallrüstung. Ach komm. Fangen wir wieder an inflationär Rüstungsteile zu sammeln. Wir brauchen von allem noch was. Von allem. Aber leider finden wir jetzt hier. Keinen zweiten Wendigo. Der wäre schon aufgetaucht. Wobei der kann immer noch runterfallen. Der habe ich das letzte Mal total überrascht. Total. Nicht nur ein bisschen. Nehme ich. Nehme ich. Nehme ich. Nehme ich. Nehme ich. Doch stimmt. Da kamen zwei unter. Zwei. Und dann noch den einen Liebespark. Und dann hätten wir es. Und dann noch den Level. Vielleicht packe ich das ja. Vielleicht. Ansonsten sage ich irgendwann einfach wieder. Neue Aufnahme. Neues Glück. Und dann machen wir die neuen Aufgaben. Alles cool. Na. Zweiter Wendigo. Würdest du uns die Ehre erweisen? Vielleicht wenn wir lange genug hier rumhängen. Vielleicht. Ist das ja einfach so eine. So eine Rauslauf. Ausgang. Ich will noch gar nicht raus. Ich will. Noch hier bleiben. Es ist so eine schöne Höhlenatmosphäre. Boom. Boom. Überfall. Sonderschuleinsatzkommando. Ne. Wendigo. Wir brauchen dich. We need you right now. Bitte kein Autorausgang. Sogar mit Ankündigung. Wir haben mit Knochen geraschelt. Alle wissen Bescheid. Na gut. Wir checken mal kurz die Straßen von. Genau. Von Liebesberg. Sonst auch irgendwer. Oh cool. Das ist ja der Eingang hier. Ähm. Genau. In die Richtung. Und da ist sie wieder. Da ist sie wieder. Die Orientierung. Der kurze, helle Moment. Den ich hin und wieder habe. Aber jetzt ist er auch schon wieder weg. Gleich mal einen Schluck Tee trinken. Oh. Mensch. Dieses Stevia. Da kann man bestimmt auch abhängig von werden. Wie von allem. So. Dann checken wir mal kurz Liebesberg. Ganz oft habe ich da schon ein Wendigo durch die Straßen hüpfen gesehen. Reisemodus. Llelele. Liebesberg. Das war. Das war. Hier. Genau. Liebesberg. Sonst noch irgendwo vielleicht was. Mit nem. Mit nem. Keine Ahnung. Mit nem Kryptiden. Egal. Der Bote. Nein. Danke. Das ist Johnny. Sanfte Grüße. Gut. Bahnhof Liebesberg. Wir kommen. Letzte Chance. Ansonsten Hardcore. Hardcore Super Mutanten killen. Für ein Level plus. Das kann doch wohl nicht so schwierig sein. Ja. Meine Lichte ist immer noch da. Es ist immer noch die gleiche Aufnahme. Ich hatte heute mal ein bisschen mehr Zeit. Und sie hat das Schrein entdeckt. Falls ihr die. Naja. Die andere Erklärungsfolge nicht gesehen habt. Nicht gehört. Ja. Ihr wisst schon was ich meine. So. Da sind wir. Liebesberg. A.K.A. Louisburg. Sniperido von den Dächern. Macht da am aller 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 meisten Spaß. Hä. Und meistens so im Stadtzentrum. So oft habe ich da einen gesehen. Und ich bin so oft hier dieses Stückchen nicht hochgekommen. Aber manchmal schon. Geht das überhaupt? Ist das möglich? Kann man hier hoch springen? Ja. Man kann. Auf den Korb. Fluppdiwupp. Und. Und. Ist hier irgendwo ein Wendigo. Da ist schon mal ein Glühen. Stresst euch nicht dass ich hier bin. Ist kein Wendigo. Oh. Der ist englisch benannt. Kopf. Stopp. Ne. Wir könnten ja auch einfach durch die Straßen gehen. Genug Schrot. Muni haben wir ja. Wir kommen runter. Aha. Ups. Ähm. Wir müssten nur treffen. Kommt schon. Kommt schon. Kommt schon. Llele. Legendär. Yay. Oh. Ghoul-Töter. Pumpgun. Zumindest ein paar Scheine. Zumindest ein paar Scheine. Ei. Ach. Was habe ich denn da gerade hochgenommen? Nehme ich. Nehme ich. Nehme ich. Nehme ich. Nehme ich. Einen Brandtax. Zum zerlegen. Was sind denn das für Geräusche da am Hintergrund? Da ist einer. Der redet mit uns. Das ist aber komisch. Wer redet denn in einem MMO? Da macht man nur lustige Emojis. Was ist das? Das ist tatsächlich er. Wer spielt da irgendwelche Musik im Hintergrund? Geheime Zeichen. 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 Vielen Dank.